Bitte schauen Sie hier eine neue Anlage von 9 Hektar in Tirol. Es ist gebaut zwischen den großen Bergen. Die Erdbeeren sind gepflanzt im Kokos direkt in die Rinnen und abgedeckt mit Plastik gegen Unkräuter und die Früchten zu schützen gegen das Feuchte aus dem Substrat. Die Wachstum geht super, geht sehr schön und die Erwartung zur Produktion ist sehr hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017